Musik Falls Sie möchten, können Sie mich ja mal anrufen. Ich weiß nicht, wie lange ich bleibe, aber... Ich weiß nicht, wie ich hier hochkomme? Ja. Das wäre schön. Ja. Das wäre schön. Soll ich da bleiben? Ist ja frischend. Wir beide passen nicht zusammen. Und bevor einer dem anderen noch. Es tut mir leid. Hermann, es geht nicht. Jetzt kommen wir doch nicht wieder mit dem gleichen Scheiß wie beim letzten Mal. Von wegen, wir passen nicht zusammen. Martin, Martin, das ist Bullshit. Auch wenn du es aus irgendeinem Grund nicht über die Lippen bringst, aber ich lieb dich, Martin Krummer. Du und die Anne? Die Anne und du? Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt auf meinen Balkon und dann trinken wir diesen Sekt leer. Das ist eine süße Idee. Wieso können wir uns nicht einfach verabreden? Weil ich denke, dass wir beide ein enormes Potenzial haben. Müsst du verzetteln. Ich glaube, es ist besser wenn ich heimfahre. Wir können das nie machen. Es geht nicht. Wir können uns nicht. um die Idee geschlafen zu haben. Klang auch schon mal anders.